Ein historisches Lagerhaus, Silivke Museum. Das Museum mit über 20.000 Werken zeigt archäologische und ethnografische Werke. Auf dem Dach, auf dem Skulpturen, Reliefs, Keramik und Metall von der Steinzeit bis zur osmanischen Zeit erhalten sind, befinden sich neben Silivke Artefakte aus anderen Stadtteilen. Ein Fenster in die Vergangenheit mit seinem reichen historischen Hintergrund. Silivke Museum. Untertitelung des ZDF, 2020